Und ich bin noch versucht nach hinten zu springen. Kontrollpunkt aktivieren. Okay. Ja, ich seh's gerade. Muss ich da irgendwas drücken, oder was? Ich weiß es nicht, check's nicht. Boah, ich brenn voll. Und du tot. Du musst da stehen bleiben. Ja, ich merk's. Das ist nämlich das einzige, was du machen musst. Nein, Alter, aber der Typ mit seinem Brennen geht mir aber voll gerade aufm Zwirn. Oh. Boah, ich hasse... Ja toll, warum... Ja, weil ich brenne, ich bin nicht tot. Boah, die haben gleich in Kontrollpunkt. Haben sie jetzt. Nächsten Punkt aktivieren. Der ging jetzt an den. Das ist jetzt nicht so mein Match gerade. Nö. So ein Deathmatch einfach... Ja, das eine war ja eigentlich nur so sammeln, ne? Ja. Das war's wirklich. Boah, was war das denn jetzt gerade? Was denn? Ein Splitter? Ja. Das ist ganz schön. Ja, das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Voll tot. es hätte sich irgendwie so eine komische schrotflinte wir haben 99 punkte schon wieder tot scheiße oder von ihm schon ach der spinn hat sich dahinter versteckt alles klar ach so haben wir den auch noch gekriegt oder was ja der stand ja von der ecke ok wo ist der denn jetzt da unten ah unser der typ mit dem feuer geht mir doch ins bieren zu dem gerade auch vor dir diesen messmann kommen sollen ja und dort ja auch verteidigt oder sind dann verteidigen kam schon so also was ist das das lädt sich darauf heute nicht unser kontakt und er hat die auch schon mal gehabt ich krieg das mit den granaten noch nicht hin ich weiß nicht wieso nicht weil ich habe f dafür aber f hat er schlagen komischerweise weiß das nicht muss ich mal gleich gucken auch noch da unten ich bin tot ja hier unten ist sowieso fetzig wenn die da zu mehren sind ist das doch klar ist das denn nach raketen muss ich ganz einfach nur hin und her springen und tot oder hechten dann sieht er auch das auf aber hat mir trotzdem gekriegt hehehe obwohl ich euch den scheiß nein ich hüpfe nur noch auf einem bein verdammt komm zentos warte ich versuche wieder dir jetzt warte ich habe mich mal zu lassen ich bin auf einem bein schaust das aber ich bin tot raketenwerfer und ich bin ja auch immer voll das auf der ist der ist genau in diesen komischen kann man drinnen ja wo kannst du mich mit dem test da treffen oder was ich glaube ganz auch deine eigenen leute damit an test an unten unten also der spiel muss es jetzt nicht so meins ich glaube da gibt es auch noch die beiden erst mal gerade ich weiß es nicht aber bringt trotzdem spaß für mich ja auch wenn da ein bisschen mehr vorkiem kaum als er und komisch bei hilfe beim selbstmord ja ich man muss das mal eben optionen das in kombination f ist handgemengel wo ist denn granate sport boys hat doch granaten ja toll mich vor noch getrockene wir verlieren schon wieder den nächsten kontrollpunkt wo meine gratte wo kann man denn granaten machen handgemenge also nicht vergrößern okay man hat doch granaten ja vielleicht der granatwerfer den du da hast keine ahnung keine ahnung oh ich sterb hier noch mein gott neun tötungen habe ich was ist das eigentlich für eine feuerwaffe da meine fresse das ist dieser puls ich wurde von der später granate getroffen ja das ist die puls waffe ist auch nicht schlecht eingestellt naja der polonk ist auch weg ja ouch tot aber wir haben gleich verloren naja haben wir jetzt verloren naja den ddd denn denn dahinter hat sich dieser linke jetzt da vorne ist mit dem halben arm da jetzt auf jeden fall sachen gekauft naja siehst du weil andere klamotten hat die kosten ja geld ja und kosten die fast eine halbe stunde schon dabei jetzt noch chili wir haben die verbindung ja geil wie die grund ich hatte ich kann nicht einladen warte mal kühlung muss ich mir reinhauen unbedingt toll jetzt habe ich gar nicht die punkte bekommen oder wie also nicht komisch was meine andere waffen noch mal kurz halbautomatik vollautomatik ja mach das mal was kostet denn das mit dem puls streuung vorrat dämpfung auslöser ja mhm pyro ist das pyro da muss ich jetzt was kaufen davon das ist zu teuer muss ich erst kaufen nein doch mhm mhm je mit im mhm